Lortemar Theron im Schatten der Sonne von Sarah Pine Lortemars Schreibtisch war unter gewaltigen Papierstapeln begraben. Berichte, Sendschreiben, Befehle und Bestandslisten schwanken unsicher auf Türmen, die zu ordnen er schon vor langer Zeit aufgegeben hatte. Alle betrafen den kurzen, aber umso härter geführten Krieg um Keldanass und den Sonnenbrunnen. Doch für den Moment hatte er all das vergessen. In seiner Hand hielt er einen einzigen, ungeöffneten Brief. Auf dem violetten Siegelwachs prangte ein großes Auge, das Zeichen Dalarans. Es schien ihn anklagend anzustarren und erinnerte ihn an all die anderen Briefe dieser Art, die er erhalten und sofort beiseite gelegt hatte. Er brach das Siegel und nahm das sorgfältig gefaltete Pergament heraus. Lortemar erkannte sofort die ebenmäßige, akkurate Handschrift, welche die Seite zierte. Mehrfach hatte Erzmagier Aethas Sonnenhäscher in letzter Zeit um eine Audienz beim Lord Regenten ersucht, war von Lortemar jedoch stets geflissentlich ignoriert worden. Seit den Ereignissen auf Keldanass hatte er verzweifelt versucht, den Rest der Welt zu vergessen. Aber ihm wurde klar, dass sie sich ihm eines Tages von ganz allein wieder aufzwingen würde. Lortemar seufzte und lehnte sich aus seinem Stuhl zurück. Dieser Brief war wesentlich kürzer als seine Vorgänger. Dieses Mal hatte Aethas keine Bitte geschickt, sondern einfach nur eine Nachricht mit dem Tag und der Zeit seiner Ankunft. Lortemar strich mit dem Daumen die raue Kante des Pergaments entlang. Er hatte eine recht genaue Vorstellung davon, was Aethas ihm vorschlagen würde, und er war sich seiner Antwort darauf noch nicht sicher. Am Tag der geplanten Ankunft Aethas indes war Lortemar sich seiner Antwort keinen Deut klarer. Als er vom Sonnenzorn-Turm in Richtung der Eingangshalle schritt, wo der Erzmagier erscheinen würde, wurde er von Halduron angehalten, der ihm ein kleines Bündel weicher, purpurner Wolle entgegenhielt. Lortemar nahm es an sich und hielt es hoch, um es zu entfalten. Zum Vorschein kam ein majestätischer, goldener Phönix, das Stadtwappen Silbermonds. Mit einem schroffen Nein reichte er das Gewand seinem Freund zurück. »Du solltest es anziehen«, drängte Halduron. »Wozu?« antwortete er, während er seinen Weg fortsetzte. »Jeder im Dienst des Silbermonds darf es tragen.« »Es ist sein Stadtwappen«, rief Halduron ihm hinterher. »Du bist das Staatsoberhaupt. Du solltest auch entsprechend aussehen.« »Ich bin der Lord Regent«, sprach Lortemar ohne anzuhalten. »Nicht der König.« »Darum geht es nicht, Lortemar. Du siehst aus wie ein Weltenwanderer.« Lortemar blieb wie angewurzelt stehen. »Ich bin ein Weltenwanderer«, entgegnete er schärfer als eigentlich beabsichtigt. »Du warst einer«, seufzte Halduron. »Du kannst nie wieder ein Weltenwanderer sein, Lortemar. Darin sind wir uns nun sicher.« Lortemar senkte sein Haupt und nahm einen tiefen Atemzug. »Wir kommen zu spät, Halduron.« Er ging weiter und nach einem kurzen Moment der Stille hörte er, wie Haldurons Fußschritte ihm folgten. Rommers erwartete ihn bereits in der Halle. Schwer stützte er sich auf seinen Stab und starrte geistesabwesend auf die gegenüberliegende Wand. Als sie eintraten, warf er Lortemar und Halduron einen flüchtigen Blick zu. Ein Ausdruck des Missfallens durchzuckte sein Gesicht, doch dann wandte er sich wortlos wieder ab. Es hatte eine Zeit gegeben, in der er Lortemars Entschluss, sich im Aufzug eines Waldläufers zu präsentieren, weitaus heftiger widersprochen hätte als Halduron. Aber das war vorbei. Trotz all der Dispute und des ständigen Streits mit Rommers, entfand Lortemar inzwischen nur noch Mitleid mit dem Magier. Keltas letzter Verrat hatte dessen treuesten Fürsprecher im Mag erschüttert. Die Luft vor ihnen erglomm in violettem Glanz, das unmissverständliche Zeichen Arkaner Magie. Nur einen Augenblick später wurde die Halle von einem bläulich-weißen Licht erfüllt und Etas materialisierte sich vor ihnen. Er richtete sich auf, staubte seine Robe ab und Lortemar konnte nicht anders, als zu bemerken, wie lächerlich er aussah. Der elegante, tiefpurpurne Magiestoff der Kirentor biss sich schrecklich mit seinem kupferroten Haar und weigerte sich hartnäckig, seine schlanke Statur gefällig zu umhüllen. Aus seinen Briefen und von den Gerüchten aus dritter Hand hatte Lortemar erfahren, dass Etas ebenso idealistisch wie gerissen war und bei weitem zu jung für die Position, die er in Dalaran erlangt hatte. Andererseits waren die meisten älteren Magie der Sindurai inzwischen tot. Letztendlich fand Lortemar, dass Etas Ehrgeiz etwas Gutes hatte. Immerhin einer hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Willkommen zu Hause, Erzmagier Sonnenherrscher, begrüßte er ihn. Etas ließ ein kurzes Lächeln aufblitzen. Hab Dank, Lord Tyron, antwortete er mit einer anmutigen Verbeugung. Ich wünschte nur, meine Rückkehr wäre diesmal von Dauer. Selbstverständlich, erwiderte Lortemar diplomatisch. Eure Korrespondenz hat mich mit dem Anliegen eures Besuchs vertraut gemacht. Bitte hier entlang. Meine Berater und ich werden eurem Ersuchen Gehör schenken. Normalerweise hätte Lortemar sie alle in die offizielle Versammlungshalle im Norden des Palastes geleitet. Sie war besonders beeindruckend gestaltet und speziell zu diesem Zweck entworfen worden. Doch es war ein klarer Tag und der Horizont so ungetrübt wie eine frische Gebirgsquelle. Man würde die Insel deutlich am anderen Ufer der Meerenge sehen können. Lortemar wünschte fast, Keldarnass niemals wiedersehen zu müssen. Und so führte er sie in einen Nebenraum östlich des Haupthofes, von dem aus man die schattigen Kuppeldächer Silbermonds überblicken konnte. Sie setzten sich und Etas ergriff das Wort. »Angelegenheiten von größter Tragweite haben mein Kommen erforderlich gemacht. Angelegenheiten, die uns alle betreffen. Euch ist der Grund für die Umsiedlung der Kirentor nach Norden sicher bereits bekannt?« »Ja, Malygos«, antwortete Lortemar. »Was wollt ihr?« Etas schüttelte den Kopf. »Der blaue Drachenschwarm ist weitaus mächtiger und bedrohlicher, als wir zuerst angenommen hatten. Ich möchte unsere Beziehungen zu den Kirentor auf offizieller Ebene forcieren. Es ist zwingend erforderlich, dass die Magie von Keltalass und Dalaran wieder Seite an Seite streiten, wie dies schon in der Vergangenheit so lange Jahre der Fall war.« »Nein.« Etas begann wütend zu werden, und Zornesfalten verfestigten sich um seine Mundwinkel und zwischen seinen Brauen. Doch die Ablehnung war nicht von Lortemar ausgesprochen worden. Zum Rednergewand sprach er, »Ich habe den Lordregenten gefragt, nicht den Großmagister.« Rommers stieß ein Lachen aus, dessen Bitterkeit es mehr wie ein Husten klingen ließ. »Hol an, dann lass den Lordregenten mir gnädigerweise das Wort erteilen.« »Ich denke, wir werden nicht um hinkommen, eurer Meinung gehört zu schenken«, sprach Lortemar, wobei er den ironischen Unterton in seiner Stimme so gut wie möglich zu beherrschen suchte. »Sagt, was ihr zu sagen habt.« Obgleich der Raum gut beleuchtet war, war das Funkeln in Rommers Augen nicht zu übersehen. »Wie großzügig von euch, Lortemar«, erwiderte er, ohne dabei auch nur eine Sekunde den Blick von Etas Gesicht zu nehmen. Seine Stimme klang wie das Zischen einer zusammengerollten Schlange. Tief, böse und gefährlich. »Hat Modera euch für eure Abreise instruiert, Etas? Ihr klingt nicht ganz wie ihr selbst. Eure Worte triefen von ihrer intriganten Diplomatie. Aber zumindest wagt sie es nicht, selbst einen Fuß hierher zu setzen. So viel Verstand besitzt sie gerade noch.« »Ich schätze, ich sollte auch für die kleinste Gnade dankbar sein. Was diese Angelegenheit betrifft, ist Modera einer Meinung mit mir?«, antwortete Etas steif, ohne auf Rommers Köter anzuspringen. »Sie ist also einer Meinung mit euch?«, erwiderte Rommers nachdenklich. »Oder seid nicht viel eher ihr einer Meinung mit ihr?« »Denn ich glaube kaum, dass sie euch hierher schicken würde, wenn ihr auch nur den Hauch einer eigenen Meinung besäßet.« »Hardammt nochmal, Rommers!« Etas riss der Geduldsfaden. »Habt ihr auch irgendetwas von Belang beizusteuern, abgesehen von euren persönlichen Beleidigungen? Ihr seid blind. Ihre Augen waren größer als ihr Magen, und nun stehen sie Maligos und Arthas gleichzeitig gegenüber. Sie haben Angst, und das sollten sie auch. Sie brauchen Hilfe, die ihre Macht bei Weitem übersteigt. Und an wen haben sie sich in Fragen des Arkanen bisher immer gewandt? Oh ja, an uns. Die Mitglieder der Kirin-Tor werden Stein und Bein schwören, dass ihr unentbehrlich seid, dass eure Fähigkeiten von unschätzbarem Wert seien, und wenn sie eurer dann überdrüssig sind, werdet ihr beseitigt.« Er drehte seinen Kopf zur Seite und ließ seinen Blick zuerst zu Halduron und dann zu Lortemerschweifen. »Fragt sie. Sie wissen es. Aber bei Weitem nicht so gut wie ich.« Etas starte mit leerem Blick auf Rommers zurück. Keltalas und die Kirin-Tor waren mehr als 2000 Jahre lang Verbündete. Seit unserem offiziellen Beitritt zur Horde gab es zwar einige Irritationen, aber erneut lachte Rommers auf, dieses Mal sogar lauthals. »Seid unserem offiziellen Beitritt zur Horde?«, wiederholte er. »Ja, ich verstehe, dass euch dieses Thema unangenehm ist. Und könntet ihr, Erzmagier Sonnenherrscher, euch noch daran erinnern, weshalb genau wir uns der Horde angeschlossen haben?« Etas antwortete nicht, aber er sah Rommers fest in die Augen. »Ein monumentaler Verrat«, fuhr Rommers Hord, seine Stimme beinahe zu einem Flüstern gesenkt. In seinen Augen loderte ein Hass, den er nun seit fast zehn Jahren tief in sich trug. In Dalaran, unter dem stets wachsamen Auge der Kirin-Tor. »Sie hatten wirklich nichts zu tun mit. Ich nehme an, ihr wolltet sagen«, fuhr Rommers dazwischen, »dass die Kirin-Tor nichts taten. Nichts taten, um es zu verhindern und nichts, um ihm Einhalt zu gebieten. Und stattdessen«, seine Stimme wurde lauter, »habt ihr uns in den Kerkern unter einer Stadt verrotten lassen, die viele von uns ebenso als Heimat bezeichneten wie Silbermond, einer Stadt, der unser eigener Kronprinz mehr als ein Menschenleben lang so treu gedient hatte wie seinem Heimatland, einer Stadt, für die wir gekämpft haben und gestorben sind, und zwar auf Bitten der Kirin-Tor. Einer Stadt, innerhalb deren Mauern sie tatenlos mit angesehen hätten, wie wir alle am Galgen baumeln, ihrer Stadt. »Die Kirin-Tor haben ein neues Oberhaupt«, entgegnete Aethas und Lortemar fand, dass sein beherrschter Tonfall für den jungen Erzmagier sprach. »Das ist eine Lüge, und das wisst ihr auch. Ronen mag ihr Repräsentant sein, aber Modera und Ansireim sind noch immer Teil des Rates. Dieselben, die so bereitwillig wegsahen, als Garitos uns zum Tode verurteilte. In der Hölle verrotten sollen sie, oder noch besser, als Geiße in Arthas Armee«, fügte er verächtlich hinzu. »Lasst uns hoffen, dass keiner des Rates der Sechs jemals unter Arthas Einfluss gerät, Rommers«, bemerkte Halduron leise. »Trotz eurer offensichtlichen Verachtung für die Kirin-Tor scheint ihr äußerst gut informiert zu sein, Großmagister«, führte Aethas an. »Was einer der Gründe dafür sein dürfte, weshalb ich der Großmagister von Kel-Talas bin, und nicht ihr möchte ich meinen«, erwiderte Rommers scharfzüngig. »Und als Großmagister werde ich meinen Magi niemals befehlen, im Namen der Kirin-Tor zu dienen. Niemals«. Lortemars Finger zuckten gegen die glatte Tischplatte und sein Mund verhärtete sich. Rommers hatte sich auf einem schmalen Grat bewegt, den er nun überschritten hatte. »Genug«, sprach Lortemar mit kalter Stimme. »Ein derartiges Ultimatum auszusprechen, überschreitet eure Befugnisse. Ob unsere Truppen nach Nordend entsandt werden, obliegt allein meiner Entscheidung. Und sollte ich mich dazu entschließen, habt ihr und eure Magi meinem Befehl Folge zu leisten. Davon abgesehen«, fuhr er sich erhebend fort, »ist offensichtlich, dass all dies in nichts als kleinlichem Gezänk enden wird. Aber wenn ihr zwei unbedingt so weitermachen wollt, wohl an. Ich werde euch nicht im Wege stehen.« Ich allerdings habe nicht vor, noch mehr meiner kostbaren Zeit zu verschwenden. Und ich wage zu behaupten, dem Waldläufer-General geht es ähnlich. »Ich muss mich um Angelegenheiten im Süden kümmern«, fügte er hinzu. »Und ich hatte geplant, morgen aufzubrechen.« »Ich denke nicht, dass ich diesen Plan verwerfen sollte. Ihr dürft gerne hierbleiben, Erzmagier. Aber meine Rückkehr könnte einige Tage dauern.« Aethas gab zwar keine Antwort, vermochte aber trotzdem nicht, seinen Ärger zu verbergen. Und Lortemar hatte nicht das Geringste dagegen, ihn noch ein wenig in seinem Zorn schmoren zu lassen. Er wandte sich um und wollte gehen. »Wir werden nach Dalaran ziehen. Ob ihr nun mitkommt oder nicht, Lord Regent«, schallte Aethas Stimme durch den Raum. Lortemar hielt inne und wendete ihm seinen Blick zu, während Aethas weitersprach. »Gestattet mir zumindest im Namen der Regentschaft von Silbermond sprechen zu dürfen. Dann werde ich auch dafür sorgen, dass die Interessen der Sindorei gewahrt werden.« Rommers schnaubte verächtlich, blieb aber stumm. Für einen Moment bedachte Lortemar Aethas ersuchen. Aber der jüngere Elf befand sich in keiner guten Verhandlungsposition. Ihnen allen war klar, dass Aethas staatsmännische Fähigkeiten denen der anderen Männer im Raum bei weitem unterlegen waren. »Ich werde einen Diener anweisen, euch zu euren Gemächern zu führen«, erwiderte Lortemar. Aethas hatte sich hinlänglich höflich verabschiedet, nicht jedoch ohne ein, zwei finstere Blicke in Rommers Richtung zu werfen. Der Großmagister war energisch aufgetreten, aber Lortemar entging in keineswegs das leichte Schwanken in seinem Gang und die Zeichen der Erschöpfung, die von seinem Gesicht wieder Besitz ergriffen, nachdem Aethas außer Sichtweite war. Lortemar hatte Rommers Schwäche genau erkannt. Sein Wille konnte gebeugt werden. Einst, vor langer Zeit, hätte Lortemar es als unehrenhaft angesehen, eine solche Schwäche auszunutzen. Jetzt sah er darin pure Notwendigkeit. Er saß allein am Fenster seines Gemachs und ließ sich die nachmittägliche Debatte noch einmal durch den Kopf gehen. Gedanken verloren ließ er den langen Vorhang durch seine Hände gleiten, während sein Blick über den Turmgarten schweifte. In seinem Kopf fallte die entschlossene Stimme Aethas wieder. Wir werden nach Dalaran ziehen, ob ihr nun mitkommt oder nicht. Lortemar konnte diese Wahrheit nicht bestreiten. Doch persönlich war ihm Rommers Verachtung näher. Wie konnte er Aethas Vertrauen, die Regentschaft loyal zu vertreten, wenn dieser sich bereits jetzt schon in die Gewänder der Kirentor kleidete und seinen Briefen ihr Siegel aufdrückte? Aethas hatte sich dem Nexuskrieg verschrieben. So viel stand fest. Wie viele andere würde er überzeugen können, ihm zu folgen? Und inwieweit war er als Lord Regent verpflichtet, sein Volk zu schützen, wenn es in umstrittenes Gebiet eindrang? Der Stoff dehnte sich und begann unter Lordemars unsanften, unbewussten Liebkosungen zu reißen. Er bemerkte es nicht. Ich bin mir unsicher, bestand Halduron ihm später am Abend. Er hatte den Lord Regenten am Fenster sitzend vorgefunden, wie er mörrisch in den Sonnenuntergang starrte. Ein kurzer Blick hatte genügt, um ihn wortlos zum Brandweinregal zu schicken und ein großzügiges Glas für seinen alten Freund einzuschenken. Nun saß der Waldläufergeneral ihm gegenüber. Ich halte seine Absichten für ehrlich, fuhr Halduron fort. Aber ich habe keine Ahnung, wie weit wir ehrlichen Absichten trauen können, selbst unter Angehörigen unseres eigenen Volkes. Lordemars stand auf und schlenderte zum Regal, um sich nachzuschenken. Ich befürchte, dass er mit der Befugnis, in unserem Namen zu handeln, für uns eine Verpflichtung eingehen könnte, absichtlich oder unabsichtlich, die ich nicht bereit wäre zu erfüllen. Lordemar hielt inne und blickte zur stuckverzierten Decke empor. Sollten ihm andererseits ausreichend Zündurei nach Dalaran folgen, würde er ohnehin de facto zu deren Anführer. Und ich würde ihn nur ungern ohne Verpflichtung der Crow Silbermond gegenüber agieren lassen. Es wäre besser, wenn Rommers nicht so starkköpfig gewesen wäre. San Halduron nach. Er hat lange in Dalaran gelebt. Er besitzt ebenfalls den Titel eines Erzmagiers. Er hat genug Erfahrung mit den Kirin Thor, um zu wissen, wie mit ihnen umzugehen ist, und ist seiner Nation treu genug ergeben, um unser Vertrauen zu rechtfertigen. Er wäre der ideale Mitstreiter für Ethers. Haldurons Worte ließen ein leichtes Lächeln über Lordemars Gesicht huschen. Ist es nicht überaus merkwürdig, euch gut von Rommers sprechen zu hören? Ich war stets gegen die Angelegenheit mit Muru oder die Gründung der Blutritter. Ja, gab Halduron unumwunden zu. Aber diese Dinge liegen hinter uns, und wir haben keinen Grund mehr, an ihnen zu zweifeln. Wenn er uns hätte hintergehen wollen, hätte er das längst getan. Als Keltas, Haldurons Worte stockten und blieben ihm im Hals stecken. Für einen langen Augenblick sprach keiner der beiden. Ich meine nur, fügte er schließlich hinzu, er hätte es damals getan. Was denkst du, was sollten wir wegen Ethers und Dalaran unternehmen? Ethers betrachtet sich als Mitglied der Kirentor, erwiderte Halduron. Und mir fallen eine ganze Reihe anderer Personen ein, die sich diesen Mantel nur allzu gern wieder überwerfen würden. Wenn die Kirentor Blutelfen in ihren Reihen zulassen wollen, dann können wir nichts dagegen tun. Nein, können wir nicht, antwortete Lortemer knapp. Dann schwieg er einen Moment lang. Aber mein Bauch sagt mir, wir sollten jegliches offizielles Engagement im Nexus-Krieg um jeden Preis vermeiden. Ethers sollte uns regelmäßig Bericht erstatten, und wir sollten ihm eindeutige Grenzen setzen. Wer seine Dienste anbieten möchte, mag dies unter dem Banner der Kirentor tun, aber nicht unter dem von Keltalas. Halduron hob einen Mundwinkel zu einem bitteren Grinsen. Lortemer tat so, als bemerkte er die Traurigkeit in den Augen seines Freundes nicht. Was hast du heute Morgen nochmal über den Weltenwanderer gesagt? Du klingst jeden Tag mehr wie ein König, Lortemer, konstantierte Halduron. Von seinem Platz aus konnte Halduron nicht sehen, wie Lortemars Finger sich fest um sein Glas klammerten. Einige Tage später suchte Lortemer sich auf dem Rücken seines Falkenschreiters einen Weg durch die östlichen Pestländer. Der Blick auf die Landschaft jagte ihm kalte Schauer über den Rücken. Er war ein Elf und zudem Waldläufer. Ein Kind der offenen Wälder, des klaren Wassers und goldener Blätter. Der Anblick des zerfurchten, kalkigen Bodens und der verkrüppelten Bäume aus Lorderons schnürte ihm das Herz zusammen und ließ ihn fast würgen. Dieses Schicksal wäre auch der Lass widerfahren, wäre da nicht die unablässige Wachsamkeit seines Volkes gewesen. Lortemer warf einen Blick über die Schulter. Drei Ehrengardisten der Weltenwanderer folgten ihm. Halduron und Romas hatten darauf bestanden. Eigentlich, hatte Halduron gesagt, solltest du überhaupt nicht losziehen. Ich war sicher, du würdest dieses alberne Vorhaben aufgeben, als Aethas seinen Besuch ankündigte. Aber da mir klar ist, dass keines meiner Worte dich davon abhalten kann, wirst du zumindest eine Eskorte mitnehmen. Keine Widerrede. Romas wollte ihm sogar einige seiner Blutritter mitschicken, aber das stand völlig außer Frage. Sie wären nicht willkommen, hatte Lortemer deutlich gemacht. Und ich werde das auch nicht sein, fügte er leise hinzu. Glücklicherweise hatte Romas nicht darauf beharrt. Endlich kam der Felsgrad in sich, den er gesucht hatte. Auf den ersten Blick schien es sich nur um eine weitere spitze Erhebung auf einer flachen Felsoberfläche zu handeln. Aber er wusste es besser. Es gab keinen Grund zur Vorsicht. Speer hatten sie wahrscheinlich bereits zur geraumer Zeit entdeckt. Wie erwartet, traten auf halber Strecke des sich windenden Pfades plötzlich zwei Gestalten hinter den Felsen hervor. Ihre Klingen kreuzten sich, als sie den Weg versperrten, und das metallische Klirren halte schallend in der gespenstischen Stille der Pestländer wieder. Wer macht der Jagdhütte Kel-Lithee in seiner Aufwartung? Ergriff einer der beiden das Wort. Lortemar schaute unbeeindruckt auf ihn herab. Seid kein Narr. Ihr wisst, wer ich bin. Der andere sah ihm direkt in die Augen. Das heißt jedoch nicht, dass ihr willkommen seid, Lortemar. Lortemar zog die beiden Schwerter, die er auf dem Rücken trug, aus der Scheide, und er beobachtete, wie einer der beiden unmerklich mit den Fingern zuckte. Bereit, jeden Moment den unzähligen anderen das Zeichen zum Angriff zu geben, die sich zweifellos in der Umgebung versteckt hielten. Schweigend warf der Lortrigent seine Schwerter zu Boden, löste Bogen und Köcher und ließ diese ebenfalls auf die Erde fallen. Mit einer Handbewegung bedeutete er seiner Eskorte, es ihm gleich zu tun. Und als dies geschehen war, hob er eine Augenbraue. Reicht das, um euch von meinen ehrlichen Absichten zu überzeugen? Der erste Speer ergriff erneut das Wort. Sagt uns, was euch herführt. Ich habe Neuigkeiten für Waldläufer Lord Falkenspeer und Hohepriesterin Himmelsrufer, antwortete er. Hinsichtlich er räusperte sich. Hinsichtlich Prinz Keltas. Die Wachen überlegten kurz, wobei sie sich einen flüchtigen Blick zuwarfen, doch die meiste Zeit waren ihre Augen streng auf Lortemar gerichtet. Augen, die noch blau und unverdorben waren, wie Lortemar nicht umhinkam, zu bemerken. Dann endlich deutete eine der Wachen mit dem Kopf in Richtung des Grates. Also gut, sagte der Soldat. Soll der Waldläufer Lord entscheiden, was mit euch zu tun ist. Folgt mir. Der andere schnippte mit den Fingern und, wie Lortemar geahnt hatte, sprang ein halbes Dutzend weiterer Speer aus Mulden und Feldspalten hervor, um die Waffen aufzusammeln, die er und seine Wachen in den Staub hatten fallen lassen. Schweigend folgte Lortemar ihnen. Am Ende des Pfades erhob sich vor ihnen, zwischen Felsbrocken und vertrockneten Sträuchern, die Jagdhütte Kelitheen. Ihre edle Holzfassade war ausgeblichen und zerfressen, und die Weltenwanderer hatten ihre Streben mit altem Laub getarnt. Lortemars Magen zog sich seltsam zusammen, als die Hütte in Blickweite kam, und er versuchte nicht an die Tage zu denken, in denen ihre Umgebung grün und seine Besuche mit Freudenrufen anstelle von gezückten Klingen begrüßt worden waren. Diese Tage waren ein für allemal verloren. Er übergab seinen Falkenschreiter einer Speerin. Sie nahm die Züge und entfernte sich mit argwöhnischem Blick. Einer der Waldläufer, die sich ihm auf dem Pfad in den Weg gestellt hatten, war bereits in die Hütte vorgelaufen. Nun sah ihn Lortemar in Begleitung zweier Elfen zurückkehren, die er viele Jahre nicht gesehen hatte. Lortemar Theron, die Stimme der Hohepriesterin Aurora Himmelsrufers, klang gemäßigt und keinen Deut abweisend. Ich muss gestehen, es überrascht mich, euch hier vorzufinden. Ihr habt Nerven, bemerkte Renta Falkensperr in bitterem Ton. Hier aufzutauchen. Ich hätte euch von einem Dutzend Bogenschützen mit Pfeilen spicken lassen sollen. Die Worte trafen ihn, wenngleich er sie erwartet hatte. Er schloss sein gesundes Auge, um es langsam wieder zu öffnen. Ich habe Neuigkeiten, sprach er einfach, die ihr erfahren solltet. Hättet ihr nicht einen Brief schreiben können, lautete Renters höhnische Antwort. Hättet ihr ihn gelesen, entgegnete Lortemar, und das leichte Zucken um Auroras Lippen und die zunehmende Finsternis, die Renters Miene umfing, verrieten ihm, was er bereits wusste. Sie hätten es nicht getan. Ich habe den weiten Weg nicht wegen Belanglosigkeiten auf mich genommen, sagte er schließlich. Werdet ihr zumindest anhören, was ich zu sagen habe. Renta und Aurora betrachteten ihn wortlos, machten kehrt und gingen zurück in die Hütte. Lortemar folgte ihnen, wobei er sich der hochelfischen Augen, die jeden seiner Schritte beobachteten, schmerzhaft bewusst war. Die Außenposten der Weltenwanderer in den östlichen Königreichen waren nie besonders prächtig gewesen, doch Calithians Schlichtheit war ernüchternd. Etliche Wände waren mit tiefen Kerben irgendeiner Klingenwaffe versehen, und die dunklen, in die Bodenbretter eingetretenen Flecken waren mit Sicherheit Blut. Dessen ungeachtet war den Elfen der Zustand der Hütte keinesfalls gleichgültig. Die Vorhänge waren zwar abgenutzt, aber sorgsam mit gleichmäßigen Stichen gemäht worden. Die alte, an die Wand genagelte Karte Lortemars war übersät mit unzähligen Notizen, alle jedoch in eleganter Handschrift und ohne auch nur einen einzigen Tintenfleck auf dem vergebten Pergament hinterlassen zu haben. Ein eigenartiger Schmerz stieg in Lortemar herauf, als er seinen Blick über all diese Dinge schweifen ließ. Als hätte er gerade den Brief einer vergessenen Geliebten wiederentdeckt. Einst hatte er das Leben eines Weltenwanderers geführt, in Tagen, die ihm nun so fern schienen, dass sie ihm wie ein Traum vorkamen. »Hier«, sagte Renta, während er mit dem Daumen in Richtung eines kleinen Zimmers zeigte und die Tür energisch aufstieß. »Schließt sie hinter euch«, befahl er Lortemar, ohne zurückzusehen. Lortemar nahm Aurora gegenüber Platz. Renta wischte diverse Fetzen blutverkrusteter Lederrüstung von dem schmalen Tisch in der Mitte des Raums und ließ sich neben ihr nieder. Lortemar musste sich ein leichtes Grinsen verkneifen, so wie die beiden ihn wie Richter eines Tribunals mit ihren Blicken durchbohrten. »Er meintet, ihr hättet etwas zu sagen«, durchschnitt Rentas Stimme die Stille. »Also sprecht.« Vor mehreren Wochen kehrten die Truppen des Sonnenzorns zu uns zurück. Rentas und Auroras Augen weiteten sich in ungläubigem Staunen, was in Lortemar ein selbstzufriedenes, aber leeres Gefühl der Befriedigung aufsteigen ließ. »Beim Sonnenbrunnen«, sprach Aurora leise. »Ich kann nicht behaupten, dass ich das jemals für möglich gehalten hätte.« Und? In Rentas Augen bemerkte Lortemar ein merkwürdiges Funkeln. Er erinnerte ihn beinahe an Romas. »Seid ihr auf Befehl des Prinzen hier, um uns eine offizielle Entschuldigung anzubieten?« »Vielleicht«, entgegnete Lortemar, »wenn er noch am Leben wäre.« Hatte einer der beiden Hochelfen vor ihm bisher schockiert ausgesehen, dann war dies nichts im Vergleich zu dem Ausdruck, der sich jetzt auf ihren Gesichtern niederschlug. Sie wurden blass. »Erklärt euch, verdammt«, verlangte Rentas. Lortemar nahm einen tiefen Atemzug und begann die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit zu umreißen. Er hatte nicht vorhergesehen, wie schmerzhaft es sein würde, die Geschichte darzulegen, besonders gegenüber zwei Personen, die ihn so abgrundtief verachteten. Er zwang die Worte aus seiner Kehle, eins nach dem anderen, manche sogar mit Gewalt. Er musste sie förmlich ausspucken, um sie überhaupt herauszubekommen. Als er endlich fertig war, blinzelte er zweimal, als würde er gerade aus einem tiefen Schlaf erwachen. »Der Sonnenbrunnen ist also zu uns zurückgekehrt«, sie wandte ihr Gesicht zum Fenster. »Ja«, antwortete Lortemar. Die vollkommene, tödliche Stille der Pestländer umfing sie. Lortemar senkte den Kopf, als er noch einmal seinen persönlichen Moment der Erkenntnis durchlebte, der in dem Augenblick kam, als der letzte Staub der Schlacht über Keldernass sich gelegt hatte und der Sonnenbrunnen wieder in majestätischem und stolzen Glanz erstrahlte. Er hatte ihn mit demselben bewegungslosen Gesichtsausdruck betrachtet, der sich nun in Renters und Auroras Miene gefressen hatte und war nicht in der Lage gewesen, sich an seinem Schein zu erfreuen. Nie hätte er sich träumen lassen, dass der Preis seiner Rückkehr so hoch sein würde. Auroras Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Ich hatte mich schon gefragt, warum die Schmerzen der Sucht in letzter Zeit so gelindert wirkten. Ich bedurfte keiner Hilfe, um mit ihnen fertig zu werden. »Die Magie im Sonnenbrunnen hat sich verändert«, gab Lortemar zurück. »Manche brauchen etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen.« Ja, manche. Aurora hob ihren Arm und schien nach etwas zu greifen, das Lortemar nicht sehen konnte, um es zwischen ihren Fingern zu drehen wie eine lange Kordel. »Ich bin eine Priesterin des Lichts. Ich kenne diese Magie.« »Sie war ein großes Geschenk«, hörte Lortemar sich selbst sagen. Aurora blickte ihn von der Seite an und er wusste, dass sein Mangel an Überzeugung nicht unbemerkt geblieben war. »Wenn der Prinz tot ist«, sprach Renta, »was wird dann aus der Krone von Kelthalas? Kelthas selbst hat verfügt, dass Anasterian für alle Zeit der letzte König Kelthalas sein wird. Es gibt niemanden, der Anspruch auf die Krone erhebt. Rentas Augen verengten sich zu Schlitzen. Und was, wenn doch jemand Anspruch auf sie erheben würde? Kein Lebender hat ein Anrecht auf sie.« Rentas sah ihm direkt in die Augen. Lortemar erwiderte seinen Blick mit derselben Entschlossenheit. Rentas Falkensperr mochte alles, was er sagte, in Zweifeln sehen, aber dies nicht. Aurora ergriff das Wort. »Ich vermute, das ist, was ihr uns berichten wolltet.« »Ja«, antwortete Lortemar. »Dann führt euch frei zu gehen«, sagte Rentas. Lortemar schloss die Augen. »Da gibt es noch etwas«, das Schwerste lag noch vor ihm. »Ist das so«, Rentas Stimme klangschal. »Und, da der Sonnenzorn zu uns zurückgekehrt ist«, setzte Lortemar an, »und unsere Position in den Geisterlanden inzwischen gefestigter ist, werden die Weltenwanderer nicht mehr so in Anspruch genommen werden müssen wie bisher. Sie«, »ich«, »würde euch gern geregelten Nachschub zukommen lassen.« Lortemar war zwar inzwischen den Spott derer, die er nicht zufriedenstellen konnte, gewohnt, aber den stechenden Schmerz, den Rentas schallendes Gelächter nun in ihm hervorrief, hatte er nicht kommen sehen. Selbst Auroras Mine, sonst stets beherrscht und ruhig, errötete vor unumwundener Verachtung. Seit fünf Jahren verrotten wir hier, auf euer Geheiß aus unseren Heimen vertrieben, weil wir uns weigerten, Lebewesen Magie auszusaugen wie Vampire. Renta erhob sich von seinem Stuhl und beugte sich, buchstäblich zitternd vor Wut, über den Tisch. Und jetzt wollt ihr uns Hilfe anbieten? Nach allem, was wir durchgemacht haben, kommt ihr jetzt. Nach dem, was die Horde uns im Namen dieses menschlichen Bastards angetan hat, der sich einen Waldläufer nannte? Für wie blind haltet ihr mich, Lortemar? Ich sollte euch töten und Sylvanas euren Kopf schicken. Durch Rentas ganze hassvolle Tirade hindurch hielt Lortemar sich an einem einzigen Wort fest. Waldläufer, hatte er gesagt. Und zwar nicht irgendeiner, sondern menschlicher. Soweit Lortemar wusste, hatte es davon bisher nur einen gegeben. Ich dachte, begann er bedächtig, Nathanos Marys wäre durch die Geißel ums Leben gekommen. Sowohl Aurora als auch Renta wandten sich langsam um, um ihn anzusehen. Ihre Minen kalt wie Masken aus Elfenbeinen. Zum ersten Mal, seit er zu dieser Konfrontation angetreten war, hörte Lortemar sein Herz in den Ohren hämmern. Und der Knoten in seiner Kehle ließ ihn kaum schlucken. Aurora war die erste, die widersprach. Das ist er auch, sagte sie. Da war noch irgendetwas anderes, das wie ein Schatten in den Winkeln des Raumes lauerte. Und er würde herausfinden, was es war, bevor er sie verließ. Er wurde nicht selbst zur Geißel, fuhr sie fort. Sylvanas hatte schon immer einen seltsamen Narren an ihm gefressen, murmelte Renta, den Blick abgewandt. Es dürfte keine große Überraschung sein, dass sie ihnen ihren Dienst band, bevor Arthas Gelegenheit hatte, ihn umzustimmen. Wir kommen im Namen der Benshee-Königin. Das sagten sie bei ihrer Ankunft. Ich habe etwas, das ihm gehört. Renta wandte sich wieder Lortemar zu. Wir bewahren eine Kopie der Akte auf, die Einzelheiten zu Marys Aufnahme bei den Weltenwanderern enthielt. Sie nahmen sie mit Gewalt an sich und erschlugen jeden meiner Waldläufer, den sie finden konnten. Die Horde, Lortemar. Und Verlassene. Sylvanas Volk. Eure Verbündeten. Lortemar war nicht in der Lage zu sprechen. Er hatte Angst, seine Stimme würde zittern. Einst hätte ich auf Befehl des Waldläufer-Generals ohne zu zögern mein Leben gegeben. Rentas Stimme war von unerträglicher Bitterkeit erfüllt. Wir sind nicht mehr ihr Volk. Genauso wenig wie das Eure. Renta, hob Lortemar an. Trotz all unserer Differenzen wisst ihr, dass ich niemals, ihr habt uns hierher geschickt, um uns loszuwerden. Und habt dann die Stirn schockiert zu tun, wenn wir leiden? Es gibt keine Flüche, die übel genug wären, um euch zu beschreiben, Lortemar. Ich weiß, wessen Soldaten in Tristessa stehen, Lord Regent. Ich frage mich, wie viele eurer eigenen Sindorei-Waldläufer sie direkt unter eurer Nase ermordet haben. Paktiert mit dem Teufel, wie es euch belebt. Ich hoffe nur, ihr bekommt, was ihr verdient. Geht jetzt, fügte er leise hinzu. Schickt Nachschub, wenn ihr wollt. Ich werde euch die Herzen seiner Träger zurückschicken, gewickelt in ihre eigenen Wappenröcke. Lortemar stand auf und machte sich daran zu gehen. Sie hatten ihn unvorbereitet erwischt und die Wände um ihn versprachen keinen festen Schutz mehr. Er sah Aurora aufstehen und mit herausfordernd hochgestecktem Kinn auf ihn herabblicken. Weder sie noch Renta sprachen auch nur ein einziges weiteres Wort. Und es wirkte fast, als würde er von der schieren Kraft ihres Hasses aus dem Raum gestoßen. Er hatte keinen Grund, sie zu bekämpfen. Allenfalls könnte er ihnen seine Hände in Buße entgegenstrecken. Doch sie würden nur darauf spucken und, wenn er ehrlich war, könnte er es ihnen nicht einmal verdenken. Wenn er jemals auch nur einen Funken Hoffnung auf Vergebung besessen hatte, und das mochte durchaus der Fall gewesen sein, so hatte die Trostlosigkeit der Pestländer diesen ebenso erstickt, wie sie dies mit allem tat, was lebte und träumte. Diese Brücken waren schon vor langer Zeit in Flammen aufgegangen, die er mit seiner eigenen Hand gelegt hatte. Seine drei Leibwächter saßen wartend im Empfangszimmer, umringt von Keldorei-Waldläufern mit aufgelegten Pfeilen. Er ging forschen Schrittes hinaus. Seine Waldläufer folgten ihm schweigend. Auf dem Hof hielt ein Speer die Züge ihrer Falkenschreiter und ein weiterer ihre Waffen. Lortemar nahm seine Ausrüstung an sich, schwang sich in den Sattel und blickte noch einmal dorthin zurück, wo Renta und Aurora standen und sie beobachteten. Eine innere Regung drängte ihn etwas zu sagen. Irgendetwas, das die tiefe Kluft zwischen ihnen überwinden würde. Aber jedes Wort, das ihm in den Sinn kam, verdorrte und zerfiel in seinem Mund zu Stau. Er ließ seinen Falkenschreiter kehrt machen und blickte nicht mehr zurück. Als sie Stunden später zum thalassischen Pass herauf ritten, begann es zu schneien. Sie passierten die Tore, die Keltalas Südgrenze markierten, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Einst hatten sich ihre Bögen golden und weiß in den Himmel erhoben, als würden sie aus dem Feld selbst entspringen und sich zu Boden ergießen wie ein Wasserfall aus Marmor und Bernstein. Althas hatte sie, wie alles andere, in Schutt und Asche verwandelt. Die düsteren Banner der Geißel hingen noch hoch von den Wellen und flatterten knatternd über ihren Köpfen im Bergwind. »Lord Tyron!« rief einer seiner Leibwächter. »Ihr solltet bei diesem Wetter euren Mantel tragen.« Lortemar blieb stumm. Nichts könnte die innere Kälte lindern, die seinen Körper in eisigem Bann hielt. Die Schneeflocken schlugen ihm ins Gesicht und scheuerten seiner Haut wund. Halduron und Romas erwarteten Lortemar nach seiner Rückkehr in Silbermond. Auch Aethas war dabei, sehr zu Lortemars Leidwesen. Halduron blickte ihn an. Und? Lortemar schüttelte nur den Kopf. Halduron zog die Augenbrauen hoch, als würde er fragen, »Was hast du erwartet?« Romas wich seinen Blicken aus. »Wie haben sie auf euch reagiert?« wollte Aethas wissen. Lortemar drehte sich um und sah ihn geradewegs an. »Vor fünf Jahren habe ich sie aus ihren Heimen vertrieben, für die sie ebenso erbittert gekämpft hatten, wie dies jeder in Keltalas heute tut,« antwortete er. »Was glaubt ihr wohl, wie sie reagiert haben?« Aethas fuhr zusammen. »Vereza Windläufer ist mit dem neuen Anführer der Kirentor verheiratet. Sie mag weder mich noch jene, die ich vertrete. Ich hatte gehofft, weil ihr doch selbst ein Waldläufer seid.« Aethas zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, ihr könntet uns vielleicht helfen, diese Kluft zu überwinden.« »Ich nehme an, es hat nicht funktioniert.« Lortemars Blick verfinsterte sich, als Verizas Name fiel. »Ihr nehmt richtig an«, gab er zurück. Am Nachmittag berichtete Lortemar Halduron zwischen tiefen Zügen Immersangweins die Einzelheiten seiner Reise. »Es war doch klar, dass sie dich mit Verachtung strafen würden. Das wusstest du von Anfang an. Ehrlich gesagt begreife ich nicht, warum du die Reise überhaupt angetreten hast.« »Du hättest dasselbe getan«, entgegnete Lortemar, was Halduron ein Stirnrunzeln abrang. »Du kennst mich einfach zu gut«, sagte er schließlich. Er regelte sich auf seinem Stuhl und starrte aus dem Fenster. »Sie wussten noch nichts vom Sonnenbrunnen«, fuhr Lortemar fort. »Es war richtig zu gehen.« »Wen versuchst du hier eigentlich zu überzeugen?«, erwiderte Halduron irritiert. »Halduron«, fügte Lortemar rasch an. »Erinnerst du dich an Nathanos Marys?« »Natürlich«, Halduron zog die Stirn in Falten. »Und?« »Aurora hat mir erzählt, dass er als Untoter wiedererweckt wurde«, erwiderte Lortemar. »Silvanas hat ihn in ihren Dienst gestellt. Man nennt ihn den Champion der Banshee-Königin.« Halduron lehnte sich in seinem Stuhl zurück, bis dieser nur noch auf den Hinterbeinen stand und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Amüsant«, sagte er. »Sivvanas hatte doch immer für ihn gestritten.« »Kel, äh, einige waren nicht gerade erpicht darauf, einen Menschen bei den Weltenwanderern ausbilden zu lassen. Mich eingeschlossen. Die Waldläufer in Kel-Lytheon wurden von einem Trupp der Horde im Namen des Champions der Banshee-Königin angegriffen«, rückte Lortemar endlich heraus. Er leerte sein Glas und stellte es auf den Tisch. Viele wurden von ihnen getötet. Die Vorderbeine von Haldurons Stuhl schlugen mit einem Krachen auf den Boden. Weshalb sollte er sie angreifen? Lortemar zuckte mit den Schultern. Kel-Lytheon besaß eine Kopie der thalassischen Akte, in der Silvanas seine Zulassung zu den Weltenwanderern absegnete. Anscheinend wollte er sie haben. Und deshalb hat er seine Schergen ausgesandt, um sie anzugreifen? Wegen eines Buches? In Haldurons Stimme schwang wachsende Ungläubigkeit. Das haben sie mir jedenfalls gesagt. »Bist du sicher, dass sie dich nicht angelogen haben? Daran habe ich auch schon gedacht«, gab Lortemar zu. »Aber wenn Renta Falkensperr jemals etwas war, dann Prinzipientreu. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Aurora ihren Lebtag auch nur ein einziges Mal unaufrichtig war«, ergänzte Halduron. Er stieß einen tiefen Seufzer aus. »Glaubst du, Silvanas weiß davon?« Lortemar schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Glaubst du, es würde sie kümmern, wenn sie davon wüsste?« Das war die Frage, die Lortemar die ganze Zeit gefürchtet hatte. »Das weiß ich genauso wenig.« »Was, wenn nicht?« Er vergrub sein Gesicht in den Händen. »Das waren ihre Waldläufer. Als du sie verstießt, waren sie deine«, sagte Halduron leise. »Eigentlich waren sie deine«, warf Lortemar zurück. Einen Moment lang drohte er vor Zorn zu explodieren, aber dann sanken seine Schultern wieder herab. Rentas Worte halten gespenstisch in seinem Kopf wieder. »Ihr habt uns hierher geschickt, um uns loszuwerden, und habt dann die Stirn schockiert zu tun, wenn wir leiden?« »Ich hatte nie vor, sie umzubringen«, sagte Lortemar schließlich, und das Flehen in seiner Stimme ließ ihn erschaudern. »Aber ich konnte nicht zulassen, eine geteilte Nation zu führen.« Eine schwere Hand auf seiner Schulter ließ ihn den Kopf heben. »Ich weiß«, sagte Halduron und stellte ein neu gefülltes Glas vor ihn. »Beruhige dich wieder.« Seine Stimme war schroff, aber nicht unfreundlich. Wir wussten von Anfang an, dass es riskant war, den Verlassenen zu vertrauen. Aber wer sonst hatte jemals zuvor angeboten, für Keltalass in den Kampf zu ziehen?« Lortemar hob sein Glas. Die Nachmittagssonne schien hindurch und färbte den Inhalt rostrot wie den Boden der Pestländer. Lortemars Finger hämmerten unermüdlich auf die Schreibtischplatte ein, während er teilnahmslos seine Notizen aus den diversen Unterredungen mit Ätas durchging. Er würde dem Erzmagier heute oder morgen eine verbindliche Antwort geben müssen. Während Daumen und Zeigefinger seine Nasenwurzel massierten, wanderte sein Blick zu dem Wein, der im Regal stand. Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. »Ja«, antwortete er. Der Bote verbeugte sich hastig und begann zu sprechen. »Lorteron in der Halle wird nach eurer Anwesenheit verlangt.« Lortemar zog die Stirn entfalten. Halderon und Romas waren persönlich erschienen und Ätas inzwischen wahrscheinlich auch. »Ich bin beschäftigt«, erwiderte er entschieden. »Mein Lord«, bestand der Bote. »Die Banshee-Königin duldet keine Verzögerung.« Lortemars spürte deutlich, wie ihm das Herz in die Hose rutschte. »Er erhob sich.« »Nein«, erwiderte er leise. »Selbstverständlich tut sie das nicht. Führt mich zu ihr.« Der Bote machte auf dem Absatz kehrt, jedoch nicht ohne seinem Lord Regenten einen besorgten Blick zuzuwerfen. Lortemar wappnete sich geistig für die bevorstehende Begegnung, während er ihm folgte. In all den Jahren, die er Kelthalas nun bereits regierte, hatte er es immer fast als körperlichen Akt empfunden, sich den Mantel der Autorität überzustreifen. Er konnte die Veränderung bis in seine Fingerspitzen fühlen. Wenn er Silvanas gegenüber trat, würde er alle Entschlossenheit benötigen, die er aufbringen konnte. Halderon und Romas schlossen sich ihm schweigend an. Das Gesicht des Waldläufergenerals war hart, Romas war etwas gelöster. Ihm war bewusst, was sie erwartete, aber seine Furcht war von distanzierter und unpersönlicher Natur, im Gegensatz zu Lortemars und Haldurons. Für sie war Silvanas Schicksal eine Wunde, die bei jeder Begegnung erneut aufgerissen wurde, und ihr Schmerz war noch nicht abgeklungen. In der Halle, in der Silvanas sie erwartete, schien das Licht verblasst zu sein. Es wurde weder gedämpft noch getrübt. Vielmehr fiel es in sich zusammen und versank an der Stelle, an der sie stand. Selbst das Sonnenlicht geriet in ihrer Nähe ins Stocken. Das wilde, weiße Glühn ihrer Augen hob die bleiche Haut ihres verhärmten Antlitzes sogar noch mehr hervor. Ihre königlichen Schreckenswachen flankierten sie, geschwärzte Klingen in den skelettierten Händen. Das Einzige, was Lortemar vernahm, als er die Halle betrat, war der Widerhall seiner eigenen Schritte. Und selbst dieser schien in Gegenwart der Banshee-Königin unnatürlich rasch zu verstummen. Was führt euch nach Sebermon, Silvanas? fragte er. Ich komme gerade aus Orgrimmar, erwiderte sie. Als ihr Mund sich bewegte, konnte Lortemar das Fleisch darunter reißen und abplatzen sehen, wie eine lang abgelegte Schlangenhaut. Alters hat es gewagt, einen Streich gegen das Herz der Horde zu führen. Lortemars Mund wurde trocken und eine Welle des Unbehagens stieg in seiner Brust empor. Silvanas hielt einen Moment lang inne, um in seinem Gesicht nach einer Reaktion zu suchen. Er biss die Zähne zusammen, blieb aber stumm. Der Angriff wurde zurückgeschlagen, fuhr sie fort. Aber Arters spielt nur mit uns. Wir müssen den Krieg zu ihm tragen. Kriegshäuptling Thrall hat endlich erkannt, was wir schon lange wussten. Ihre Augen sprühten vor gefährlichem Verlangen. Die Horde bereitet sich auf einen Krieg vor. Und die Sindurai-Lortemar sind ein Teil der Horde. Ihre Worte trafen ihn wie ein Felsschlag. Er wusste, wonach sie ersuchte. Und es war ihm immer klar gewesen, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und dennoch war er in diesem Moment, da er inmitten der Halle stand und plötzlich gewahr wurde, wie deren schiere Größe ihn verschlang, nicht in der Lage eine Antwort zu geben. Lortemar, wir werden Arters vernichten. Ein für allemal, bedächtig schüttelte Lortemar den Kopf. Ich weiß es zu würdigen, dass ihr und der Kriegshäuptling uns einladet, gemeinsam mit euch an vorderster Front in Nordend zu stehen. Aber auf unseren Schultern lastet bereits zu viel. Gerade erst erhielt ich eine ähnliche Bitte der Kirentor. Seit den Geschehnissen auf Keldanass. Dies ist keine Bitte, Lortemar. Ihre Augen funkelten rot vor Zorn. Ihr werdet Truppen aussenden. Sie werden die Verlassenen begleiten. Silvanas, entgegnete Lortemar mit ruhiger Stimme. Wir haben gerade erst einen Bürgerkrieg hinter uns. Was sollten wir euch geben können? Habt ihr etwa schon vergessen, wer der Hauptverantwortliche für den Zustand von Keldalas ist? Sie durchforschte sein Gesicht nach einer Antwort, fuhr aber fort, als sie ausblieb. Nun, ich immerhin nicht. Niemand wird mir meine Rache vorenthalten. Die Sindurai-Waldläufer und auch die Blutritter. Wir können sie nicht entbehren, Silvanas. Ihre schartigen Lippen verzogen sich zu einem höhnischen Grinsen. Dann versteckt euch hier wie ein geprügelter Hund, wenn dies tatsächlich euer Begehr ist, Lortemar. Doch wenn ihr glaubt, dadurch etwas zu gewinnen, seid ihr ein Narr. Denkt ihr, Arthas wird euch einfach ignorieren, während ihr hier wartet und eure Wunden leckt? Denkt ihr, ich werde solche Feigheit tolerieren? Ich warne euch. Wer nicht für die Verlassenen ist, ist gegen sie. Und wer gegen die Verlassenen ist, wird sich dieser zweifelhaften Ehre nicht lange erfreuen können. Mein Volk steht nun schon geraume Zeitwache in diesen Landen, und euer Platz in der Horde steht und fällt mit meinem Wort. Ihr werdet uns in Nordend unterstützen, oder ich werde euch meine Unterstützung in Kel-Talas entziehen. Im Süden, nahe der Pestländer, wo die Geiße sich trotz aller Bemühungen immer noch ungezügelt über die Todesschneise verbreitete, konnten sie sich den Verlust von Silvanas Truppen auf keinen Fall leisten. Er hatte Aurora und Renta nicht angelogen, als er ihnen berichtet hatte, ihre Position in den Geisterlanden sei inzwischen gefestigter. Aber er war keineswegs so naiv zu glauben, sie könne allein durch thalassische Truppen gehalten werden. Ohne die Verlassenen würde Tristessa fallen. Und was käme dann? Zum zweiten Mal seit seiner Rückkehr aus Kel-Lithien hörte er in Gedanken Falkensperrs Worte. Wir sind nicht mehr ihr Volk. Wenn Lortemar sich gegenüber ehrlich war, konnte er nicht abstreiten, dass er dies schon die ganze Zeit gewusst hatte. Schickt mein erschöpftes Volk in den sicheren Tod nach Nordend oder riskiert Kel-Talas erneut dann die Geiße zu verlieren. Von fern drang sein Gelächter an seine Ohren und es klang mehr wie das von Rommas. Hier gibt es keine Wahl, Silvanas. Die Banshee-Königin beäugte ihn emotionslos. Ich erwarte eure Truppen in zwei Wochen in Unterstadt, Lortemar, entgegnete sie. Ich dulde in dieser Angelegenheit keine Enttäuschung. Gewiss, meine Fürstin. Sie wandte sich zum Gehen. Wie könnt ihr das nur tun? Lortemar registrierte die verzweifelte Wut in Rommas Stimme mit einer Art dumpfer Überraschung. Irgendwie schien der Großmagister immer noch zu glauben, man könnte Silvanas zum Verhandeln zwingen. Das ist Erpressung, fuhr Rommas fort. Die Knöchel seiner Fäuste wurden weiß, als er sie um seinen Stab ballte. Ihr wart es doch, die darum gefletert, uns helfen zu dürfen. Wir haben niemals um eure Hilfe gebeten. Ihr habt sie aus freien Stücken gewährt. Wie könnt ihr euch in einem Atemzug als unsere Verbündete bezeichnen und uns im Nächsten in Geisehaft nehmen? Silvanas betrachtete ihn einen Moment lang schweigend, wobei sie es irgendwie schaffte, auf ihn herabzublicken, obwohl er eigentlich größer war als sie. Niemand hat euch gezwungen, mein Angebot anzunehmen, entgegnete sie. Es war allein eure Wahl. Alles, was ich verlange, sind der Wille und die Stärke, unseren größten Feind zu besiegen. In Rommas Augen stand der blanke Hass. Doch Lortemar ergriff das Wort, bevor er etwas erwidern konnte. Gibt es sonst noch etwas, worüber ihr gerne diskutieren würdet, Silvanas? Seine Stimme klang in seinen Ohren unterwürfig. Jeden Willens und jeglicher Leidenschaft beraubt. »Diskutieren«, verhöhnte ihn eine leise Stimme, als wenn man mit der Banshee-Königin diskutieren könnte. »Nein, ich bin hier fertig, Lortemar. »Jorel Aran, Silvanas«, sagte er. Ihre Augen blitzten auf, als sie den thalassischen Abschiedsgruß vernahm, aber sie verlor keine weiteren Worte. Lortemar sah ihr teilnahmslos nach. Er tat es nur, weil es sonst nichts zu sehen gab. Er fühlte sich so zerbrechlich wie ein gefrorener Grashalm. Als Lortemar sich umwandte, bemerkte er zu seinem Missfallen, dass Ethers irgendwann im Laufe der Unterredung erschienen war. Es ärgerte ihn, dass der Erzmagier Zeuge seiner Demütigung geworden war. Er besaß aber kaum noch die Kraft, um sich mit Fragen des Stolzes zu befassen. Trotz seiner Benommenheit war sein Verstand bereits mit Listen beschäftigt. Er kannte den Krieg. Halduron würde Hauptmann Sonnenmahl und Läuten an Dämmerflucht herbeizitieren. Rommers würde die Magie in Kenntnis setzen. Außerdem könnte er die Blutritter vertreten, wenn sie Liadrin verständigten. Ethers würde tatsächlich Gelegenheit erhalten, sich zu beweisen. Auf dem Rückweg wandelte Lortemar den Korridor entlang, als würde er träumen. Lortemar! Er hielt an und wandte sich dem Redner zu, wobei er versuchte, seine Züge aufmerksam oder interessiert erscheinen zu lassen. In Wahrheit aber war er erschöpft. Er wollte nur noch zurück an seinen Schreibtisch, um sich in Ruhe notwendigen, anspruchslosen Aufgaben widmen und dabei eine ganze Weile vergessen zu können, was sich soeben ereignet hatte. Doch wie gewöhnlich ließ Rommers ihn nicht gewähren. Lortemar! rief er erneut, als er zum Lortregenten aufschloss. Ihr könnt doch nicht ernsthaft... Wir haben nicht... Ihr habt sie gehört, Rommers! Unterbrach Lortemar ihn. Wenn wir nicht nach Nord entgehen, verlieren wir die Unterstützung der Verlassenen. Und den Rest der Horde wahrscheinlich gleich mit. Also gehen wir. Er wandte sich wieder zum Gehen. In den Spitälern von Keldanass liegen immer noch verwundete Soldaten. Fuhr Rommers fort. Wir haben noch nicht einmal eine anständige Gedenkfeier für die Toten abgehalten. Beim Sonnenbrunnen. Lortemar! Wir haben keine Wahl, Rommers. Begreift ihr das nicht? Entweder wir folgen Sivanas Geheiß, oder verlieren wahrscheinlich das gesamte Keldanass Süd. Dann gebt es auf! Schrie Rommers und Lortemar erstarrte vor Schreck. Langsam drehte er sich noch einmal um und blickte in Haldurons gleichermaßen entsetztes Gesicht. Es aufgeben! Seine Stimme begann sich zu erheben. Wisst ihr, wie viele Elfen Sindurai und Keldurai bei der Verteidigung dieses Landes den Tod gefunden haben? Wie viele dies jetzt noch tun? Und ihr sagt, ich soll es einfach aufgeben? Was in aller Welt ist in euch gefahren? Sie wären lieber umsonst gestorben, statt ihr Leben zu geben, damit ihr euch im Namen ihres Opfers in die Marionette eines... eines Monsters verwandelt. Lortemar traute seinen Ohren nicht. Rommers Augen funkelten ihn an. Nicht aus Zorn oder Verachtung, sondern in wilder und erschütternd untypischer Verzweiflung. Während Lortemars gesamter Amtszeit als Regent und obwohl er und Rommers bereits über zahllose Fragen gestritten hatten, hatte Rommers in seinem Beisein noch nie die Beherrschung oder Haltung verloren. Doch nun zitterte er nahezu am ganzen Körper. Aus den Augenwinkeln wurde Lortemar gewahrt, dass sich eine kleine Schar Zuschauer um sie versammelt hatte. Er wollte keinen Aufruhr provozieren. Fallt nicht auf ihre Drohungen herein, sagte Rommers still. Und Lortemar wurde in entsetztem Staunen bewusst, dass er ihn anflehte. Sie wird euch nur benutzen. Lortemar ballte zornig die Fäuste. Ich werde tun, was auch immer zum Schutzkälter Lass und seiner Bewohner erforderlich ist, erklärte er. Selbst wenn das heißt, benutzt zu werden. Und ihr werdet meinen Befehlen Folge leisten, habe ich mich klar ausgedrückt. Und wie lange, denkt ihr, werdet ihr dieses Spiel spielen können? Solange es sein muss, erwiderte Lortemar unbeirrt. Rommers hatte seinen Starrsinn geweckt und der Lordregent würde nun nur noch schwerer eines Besseren zu belehren sein. Er richtete sich zu voller Größe auf und starrte Rommers nieder. Er hielt seinem Blick einen kurzen Moment lang stand, doch dann schien sein Körper einfach unter ihm wegzusacken. Er schloss die Augen. Ein anderer Anführer der Sindurai hat mir einst etwas sehr Ähnliches gesagt, Lortemar. Sprach er sanft, den Blick abgewandt. Ich habe ihm damals nicht widersprochen. Ehrlich gesagt dachte ich sogar, er hätte recht. Lortemars Blut gefror. Wir begruben ihn auf Keldanass, fügte Rommers hinzu. Er stieß einen tiefen Seufzer aus. Ich werde Lady Liadrin und Magister Blutschwur von eurem Entschluss unterrichten, Lordregent. Ich erstatte euch dann Bericht über den Stand ihrer Vorbereitungen. Kaum eines Gedankens fähig, folgte Lortemar der schwindenden Gestalt des Großmagisters mit leerem Blick, bis dieser hinter einer Ecke verschwand. Lortemar. Seine Förmlichkeit war niederschmetternd. Verständige die Zuflucht der Weltenwanderer und die Enklave, antwortete er. Teile ihnen unseren Entschluss mit. Halduron nickte und ließ ihn mit einem letzten, unergründlichen Blick zurück. Lortemar sah sich um. Ein einziges böses Funkeln der Augen ließ die Diener und Palastwachen zu ihren Pflichten zurück eilen. Die einzige Person, die im Korridor zurückblieb, war Aethas Sonnenherrscher, der sich schlicht weigerte, ignoriert zu werden. Wenn ihr nach Nordend geht, werdet ihr dann auch die Kirin die Kirin Tor können tun und lassen, was sie wollen. Es interessiert mich nicht, fuhr Lortemar ihn an. Aber, da schon bald eine beträchtliche Anzahl an Sindurai-Truppen gen Nordend aufbrechen wird, dürften viele von ihnen in absehbarer Zeit auf eurer Türschwelle stehen. Ihr werdet sie nach besten Kräften unterstützen, Aethas. Nun geht und sucht Romas. Ich bin sicher, dass er gute Verwendung für euch haben wird. Lortemars Verachtung brach endlich offen hervor. Ich denke, ihr solltet euch freuen, Erzmagier. Aethas schüttelte den Kopf. Ihr habt recht, es war mein Wunsch, eure Unterstützung in Nordend zu gewinnen, Lord Regent, aber nicht zu diesem Preis. Bitte glaubt mir, wenn ich sage, dass ich sie euch lieber hätte aus freiem Willen gewähren sehen, als wegen... Mein freier Wille ist unversehrt. Unterbrach ihn Lortemar erneut. Aethas spitze Worte hatten ihn zutiefst getroffen. Und es ist nach wie vor mein Wille, der Kelterlass regiert. Gewiss, mein Lord, erwiderte Aethas mit einer leichten, beschwichtigenden Verbeugung. Doch als er seinen Kopf wieder hohl, konnte Lortemar sehen, dass die Entschuldigung nicht bis zu seinen Augen gelangt war. Kochend vor Wut machte Lortemar auf dem Absatz kehrt und ließ ihn allein zwischen den bleiernden, rot-goldenen Bannern stehen. Tagebuch des Lord Regenten 83. Eintrag Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt jemandem eine solch offene Lüge ins Gesicht gesagt habe. Nicht einmal, seitdem ich in die Politik gezwungen wurde. Aber ich habe Aethas angelogen. Und er weiß es. Und ich weiß es. Und jeder, der sie mich hat aussprechen hören, weiß es auch. Mein Wille ist in Wahrheit von äußerst geringer Bedeutung. Ich kann so tun, als verfügte ich über tatsächliche Macht. Aber letztendlich ist alles nur Schauspielerei. Und nichts davon hat mit Ehrlichkeit zu tun. Ich kann meine Hände in Unschuld waschen, den Märtyrer spielen, zum Opfer gemacht werden und damit nichts erreichen. Oder ich kann kämpfen und selbst andere zu Opfern machen und so zum Wesen all dessen werden, wogegen ich gestritten habe. Würde ich meine Entscheidungen jemals anhand einer anderen Logik zu begründen suchen, würde ich mich nur selbst belügen. Falkensperr hatte Recht. Ich paktiere in der Tat mit dem Teufel. Aber der Sonnenbrunnen wäre nie neu errichtet worden, wenn wir uns nicht auf diese Ebene herabbegeben hätten. Er und Aurora können ruhig schlafen, in der Gewissheit, dass sie ihre Moralvorstellungen niemals verletzt haben. Aber wenn sie bestreiten, im Schatten derer, die dies getan haben, zu gedeihen, dann betrügen sie sich in gleichem Maße wie ich. Und hier finde ich mich nun also wieder. Nur noch einen kleinen Schritt davon entfernt zu glauben, dass jeder Zweck die Mitte heiligt. Doch die Ruinen der Terrasse der Magister werden mich für alle Zeiten verfolgen und mich an das Schicksal erinnern, das ich mit dieser Haltung herausfordere. Dies ist der schmale Grat, auf dem ich wandere. Wissen, dass die Taten, die ich aus der Not heraus begehe, gleichwohl unentschuldbar sind. Diese Tatsachen sind zwar niemals miteinander in Einklang zu bringen, aber von Zeit zu Zeit kann ich sie nebeneinander stellen und beinahe verstehen. Gut möglich, dass ich diese Offenbarung als tiefgründig betrachten würde, wenn ich ignorant genug wäre, nicht zu begreifen, dass ich gerade erst am Anfang der Lektionen stehe, die Keltas und vor ihm Anasterian auch gelernt haben. Uns bleibt nichts als den Weg, der uns bestimmt ist, so würdevoll wie möglich zu beschreiten. Jeder zu seinem eigenen Ruhm oder Untergang. Und zu beten, dass wir uns letzten Endes noch ein Stück unserer Seele bewahren. Beim Sonnenbrunnen Ich hoffe, dass ich ein Stück meiner Seele bewahren kann. Ich hoffe, dass ich ein Stück meiner Seele bewahren kann.